Ist dir klar, dass die Vergangenheit vom gestrigen Tag an tatsächlich ausgelöscht worden ist, wenn sie noch irgendwo überdauert, dann in wenigen greifbaren Gegenständen, an denen keine Worte kleben, so wie in diesem Glasklumpen da? Von der Revolution und den Jahren vor der Revolution wissen wir bereits so gut wie nichts mehr. Alle Dokumente sind entweder vernichtet oder gefälscht worden, jedes Buch hat man umgeschrieben, jedes Gemälde neu gemalt, jedes Denkmal, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieser Prozess geht Tag für Tag, Minute für Minute weiter. Die Historie hat aufgehört zu existieren. Es gibt nur eine endlose Gegenwart, in der die Partei immer Recht hat. Natürlich weiß ich, dass die Vergangenheit gefälscht ist. Aber das könnte ich nie beweisen, nicht einmal, wenn ich die Fälschung selbst ausgeführt hätte.